Mein Name ist Adrian und in diesem Video schauen wir uns gemeinsam die Fomaco PTZ-Kamera an. Fomaco, ich weiß übrigens nicht, ob man das genau so ausspricht, ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich ihre PTZ-Kamera testen möchte. Sie hätten Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde an Bord, sie hätten NDI nativ mit an Bord, also Network Device Interface, so dass wir über Netzwerk eben auch das Bildsignal übertragen können. Wir haben SDI und HDMI als zusätzliche Bildausgaben und wir haben PoE, also Power over Ethernet, so dass man über das Netzwerkkabel die Kamera auch mit Strom betreiben kann. Und so weit ist das eigentlich nichts Besonderes von den Features, das kennt man auch von anderen PTZ-Kameras, aber sie haben auch gesagt, dass diese Kamera unter 1000 Euro kosten soll. Und dann fand ich das schon ziemlich spannend, auch in dem Preisbereich mal zu schauen, was sich in den letzten Jahren so getan hat und was man auch für so einen Preis bei diesen ganzen Features letztendlich erwarten kann. Ich möchte Ihnen kurz einen Einblick geben, wie hier mein Setup aussieht. Hier habe ich die PTZ-Kamera, die ist über dieses Netzwerkkabel hier mit diesem PoE-Switch verbunden. Der PoE-Switch hängt natürlich hier am Strom und betreibt so indirekt quasi die Kamera mit Strom. Damit haben wir die geniale Möglichkeit, diese Kamera wirklich überall im Raum einfach zu montieren, indem wir einfach nur ein Kabel damit verbinden. Und wenn du irgendwo sogar eine Netzwerkdose hast, dann kannst du natürlich auch diese Kamera da ranhängen und dann eben über diese Netzwerkdose, wenn sie PoE zugelassen ist, dann eben auch die Kamera mit Strom betreiben und die ganzen Informationen abgreifen. Das heißt, über dieses Netzwerkkabel läuft eben Strom, die Datenübertragung von NDI und natürlich auch die Steuerung. Und damit haben wir letztendlich eine super coole Möglichkeit, diese Kamera hier einzusetzen. Parallel, wie gesagt, haben wir auch die Möglichkeit, das Ganze per HDMI abzugreifen, das Bildsignal und per SDI. Und ich habe jetzt hier mal noch ein HDMI-Kabel angeschlossen, damit ich dieses HDMI-Signal eben auch aufzeichnen kann, um gegebenenfalls auch im Unterschied einfach mal deutlich zu machen, was können wir denn eigentlich von der Qualität per NDI und per HDMI entsprechend erwarten. Was denke ich denn jetzt, wenn ich so eine Kamera mit diesen ganzen Features für diesen Preis auf dem Tisch habe? Erstens, ich habe erstmal geguckt, sind die Features überhaupt verbaut, muss ich ehrlich sagen. Und ja, die Features sind alle verbaut. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo haben sie Einsparungen machen müssen, einfach um auf diesen Preis zu kommen? Und das ist natürlich die Bildqualität und die Bedienung, die nicht mit den Top-of-the-Line-Kameras mithalten kann. So weit, so klar. Aber da möchte ich jetzt einmal entsprechend tiefer rein gehen in Bildqualität und Bedienung, damit wir uns da einfach gemeinsam ein Bild von machen können. Dafür starte ich jetzt einfach hier auch mal das Recording im NDI-Modus. Die Kamera zeichnet jetzt auch auf einen Blackmagic Video Assist auf. Das heißt, wir haben jetzt zwei Bildsignale, die wir gerade mal uns anschauen können. Das eine Bildsignal ist eben per HDMI und das andere Bildsignal ist per NDI. Und ich filme jetzt hier wirklich ins Dunkle rein, aber wir haben schon mal ein Bild davon sozusagen, was hier unser Full-HD-Bild in dem Fall mit 30 Bildern pro Sekunde eben so ausgibt. Schauen wir uns im nächsten Schritt mal Bedienung und Steuerung an. Wir können ja immer mal die Bilder von der Kamera eben entsprechend wieder einblenden, sodass man auch ein Gefühl für die Bildqualität in unterschiedlichen Situationen bekommt. Wir haben jetzt hier die mitgelieferte Fernbedienung für die Steuerung. Das ist eigentlich so das Einfachste, wie man diese Kamera hier eben steuern kann, ins Menü gehen kann und so weiter. Das heißt, die Fernbedienung, damit können wir die Kamera an- und ausschalten, wenn sie am Strom hängt. Und wir können natürlich auch unterschiedliche Presets hier konfigurieren und die Kamera eben auch auf unterschiedliche Positionen fahren. Als PTZ-Kamera Pan, Tilt und Zoom haben wir eben die Möglichkeit, jetzt die Kamera hier zu schwenken. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die Kamera hier nach oben zu bewegen und nach unten zu bewegen. Und wir haben eben die Möglichkeit, rein- und rauszusummen. Das sieht man jetzt eben entsprechend nicht. Aber, was eigentlich die coolste Funktion ist, ist, dass ich hier auf der Fernbedienung statt meiner Programme sozusagen im Fernsehen, das ist ja sehr ähnlich zu einer Fernsehfernbedienung, habe ich hier unterschiedliche Positionen. Und so habe ich jetzt beispielsweise die erste Position als Position 1 abgespeichert. Wenn ich da jetzt draufgehe, dann fährt die Kamera direkt wieder auf diese Position. Und so habe ich jetzt auch mal ein paar andere Positionen noch abgespeichert, sodass die Kamera jetzt hier direkt auf die Positionen drauf fährt und ich so quasi direkt schnell hier von Position zu Position wechseln kann. Und jetzt kann ich ja mal die Kamera hier einblenden. Wir haben jetzt hier die Fernsteuerung. Das heißt, hier oben können wir auch unterschiedliche Kameras selekten. Das habe ich jetzt nicht ausprobieren können, weil ich nur eine Kamera habe. Hier haben wir dann eben die unterschiedlichen Presets. Und dafür geht man letztendlich hier bei der Fernbedienung auf Set Preset und dann können wir das neue Preset einfach einspeichern. Und man bekommt dann auf dem HDMI-Signal auch eine kleine Information. Ich kann jetzt das hier auch nochmal als Preset 5 zusätzlich abspeichern. Das heißt, ich gehe jetzt auf Set Preset 5 und dann bekomme ich eben hier einen kleinen Indikator, der mir sagt, dieses Preset wurde jetzt abgespeichert. Und so kann ich jetzt eben zwischen diesen unterschiedlichen Presets hin und her springen. Ich kann jetzt einmal noch auf Preset 4 gehen. Preset 4 habe ich so eingestellt, dass man mal mich hier auch von dieser Kamera sieht. Natürlich jetzt sehr unvorteilhaft hier von unten gefilmt und auf einem mega geringen Abstand. Aber so bekommst du trotzdem ein bisschen ein Gefühl für die Farben und vielleicht auch für den Fokus, den man hier erwarten kann von dieser Kamera. Sie fährt relativ zügig von A nach B. Aber man muss trotzdem sagen, dass gerade wenn man das im Autofokus-Modus betreibt und so weiter, das jetzt schon auch eine Weile braucht, bis er dann den Autofokus wieder hat, bis er dann letztendlich auch auf den entsprechenden Zoom gefahren ist, weil im Zoom ist er deutlich langsamer als im Schwenken und so weiter. Man kann sicherlich im Menü hier noch einiges konfigurieren, wie beispielsweise dann auch den Fokuspunkt fest mit abzuspeichern im Preset. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um dann eben das gar nicht mehr zu haben, wenn ich zumindest einen festen Fokuspunkt habe. Aber man kann sich so jetzt mal ein bisschen ein Bild davon machen, was habe ich denn für eine Bildqualität und wie kann ich das super simpel steuern. Diese Position, die ich hier abgespeichert habe, die kann ich beispielsweise auch über NDI in Anführungszeichen dann abrufen, das heißt über den NDI Monitor zum Beispiel. Da habe ich dann auch die unterschiedlichen Presets, kann die ansteuern oder auch aus dem Netzwerk heraus kann ich natürlich diese Kamera per Browser und so weiter, gehe ich gleich nochmal darauf ein, dass man da eben dann die entsprechenden Funktionen dann auch hat, die Kamera einzustellen. Aber die Fernbedienung ist erstmal so der erste Schritt und hier kann ich mir eben dann die Positionen speichern. Und wenn man jetzt ein ganz simples Setup haben will, dann bräuchte man theoretisch auch die Kamera gar nicht am Netzwerk, sondern man könnte sie mit dem Netzteil betreiben, per HDMI rausgehen, beispielsweise in Atom oder in eine Capture Card und dann mit der Fernbedienung unterschiedliche Positionen abspeichern und das dann als weitere Kameraperspektive verwenden. Also in den statischen Situationen, wenn die Kamera dann mal auf Positionen gefahren ist und den Fokus gefunden hat, funktioniert die Kamera eigentlich ziemlich gut und dann möchte ich doch jetzt eigentlich wissen, wie funktioniert das eigentlich bei Kamerafahrten, wenn ich jetzt hier mit der Kamera wirklich, während sie live ist in Anführungszeichen, während sie gerade übertragen wird in die Videokonferenz, in den Livestream, was kann ich denn da sozusagen mit der Kamera machen und davon erwarten von diesem Bild. Und da merken wir jetzt gleich, das ist letztendlich der riesige Unterschied, denn wenn ich jetzt mit dieser Kamera reinzoome, dann funktioniert das ganz in Ordnung, aber man merkt schon, der Fokus hat schon auch seine Probleme. Wenn ich jetzt loslasse, dann braucht er eine Weile, bis er dann den Fokuspunkt gut gefunden hat. Also jetzt in dieser statischen Situation kann ich ihn eben wunderbar reinnehmen, aber auf dem Weg dahin ist es eigentlich nicht schön. Also wenn ich jetzt wieder rauszoome, sieht man das auch, ich kann jetzt schlecht diesen Zoom direkt in die Konferenz eben mit einbauen oder in den Livestream mit einbauen. Genauso ist es auch, wenn ich die Kamera schwenke, auch das ist zumindest jetzt hier mit der Fernbedienung nichts, was ich während die Kamera live ist machen würde, sondern lediglich eben von der Situation zu Situation. Dann brauche ich eine zweite Kamera, in Anführungszeichen, um dann zu sagen, okay, ich schalte jetzt auf die zweite Kamera um, dann positioniere ich diese Kamera neu und dann schalte ich wieder auf die Kamera drauf. Aber dann finde ich, wenn er den Fokus gefunden hat und so weiter, und das kann man ja auch manuell dann festlegen, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber Kamerafahrten an sich sind eben nicht das, was ich hier empfehlen würde. Schauen wir mal ins Menü. Wie gesagt, mit der Fernbedienung kann man einiges schon steuern und auf der Fernbedienung haben wir dann auch die Möglichkeit, hier ins Menü zu gehen. Und in dem Menü sehen wir jetzt eben unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann es ja mal hier gerade so machen, dann sieht man auch ein bisschen, wie ich durch das Menü da durchnavigiere. Wir haben jetzt hier Setup, eigentlich nicht so spannend. Kamera ist vielleicht schon spannender. Da kann man jetzt eben hingehen und sagen, ich stelle die Belichtung entsprechend individuell ein, so wie ich das haben möchte. Lasse hier eben auch möglichst wenig die Automatik machen. Dadurch kann ich natürlich, wenn ich feste Positionen, feste Lichtbedingungen habe und so weiter, noch einiges an Bildqualität dann eben entsprechend rauskitzeln. Dazu habe ich aber auch die Möglichkeit, hier wirklich alle Einstellungen selbst zu treffen. Und ich kann hier auch im Color-Bereich noch was machen, White Balance und so weiter. Das heißt, ich kann schon dafür sorgen, dass diese Kamera besser aussieht, indem ich hier durch die Menüs durchgehe. Hier bei Image beispielsweise habe ich mal die Sharpness ein bisschen runtergedreht. Die war hier, ich glaube, auf 7 auch gedreht. Und man sieht schon deutlich, ich weiß nicht, 15 geht, glaube ich. Man sieht schon deutlich jetzt hier am MacBook, wie sich das Bild verändert. Jetzt mal 15 und 0 im Sprung. Ja, da wird schon ordentlich scharf gezeichnet. Und das ist nicht unbedingt für alle Situationen schön. Das heißt, da kann man durchaus durch die Menüs durchgehen und dann sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich für mich und meine Situation passend. Genauso auch mit dem Fokus. Hier haben wir eben auch die Möglichkeit, den Fokus auf manuell zu setzen und können dann eben hier auch den Fokus verschieben. Ich gehe mal hier auf den manuellen Fokus und einmal raus aus dem Menü, um das einmal zu zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf manuell gehe, habe ich eben die Möglichkeit, meinen Fokuspunkt hier zu verschieben und dann manuell zu sagen, ich möchte jetzt ungefähr das Kabel hier vorne scharf stellen. Dann funktioniert das auch wunderbar. Oder ich gehe eben hier hinten zum MacBook. Da muss ich dann eben den entsprechenden Punkt finden. Und das kann ich hier eben mit dem Fokus machen. Und damit kann ich auch dafür sorgen, dass meine Fernbedienung hier scharf wird. Da muss ich so ein bisschen um den Fokuspunkt drum herum tanzen. Und dann finde ich ihn auch, sodass ich hier mit der Fokustaste eben nicht unbedingt im Auto sein muss, sondern eben auch im manuellen. Und genau so ist das letztendlich hier bei dem kompletten Menü. Hier haben wir viele Möglichkeiten, eben noch Dinge einzustellen. Ich gehe mal hier gerade auf PTZ. Da haben wir beispielsweise den Zoom-Speed. Hier können wir so ein bisschen was einstellen. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, ich gehe gerade mal nochmal raus, die Video-Formate zu wählen. Und hier bin ich jetzt eben bei Full HD mit 29,97. Das ist das, was wir hier mit den anderen Kameras auch aufzeichnen. Aber ich könnte jetzt beispielsweise hier auch auf die 59,94 Bilder gehen. Und damit habe ich natürlich auch hier mehr Bilder zur Verfügung. Dadurch brauche ich aber natürlich auch wieder mehr Licht. Zusätzlich ist das Network-Thema auch spannend. Das ist automatisch jetzt hier auf DHCP gestellt. Das bedeutet, dass diese Kamera von dem Router, der hier im Hintergrund dranhängt, eine entsprechende IP-Adress zugeordnet bekommt. Das heißt, ich habe jetzt hier beispielsweise diesen Switch. Da hängt jetzt die Kamera dran und wird mit Strom versorgt auch. Aber an dem Switch hängt eben auch mein Studio-Netzwerk dran. Und da ist eben auch ein Router mit dabei. Und der gibt dieser Kamera eben dann die IP-Adress. Und ich finde es super, dass ich hier mit der Fernbedienung eben ins Menü gehen kann, sagen kann, will ich DHCP oder nicht. Das Menü geht übrigens immer weg nach einer gewissen Zeit, was auch nicht verkehrt ist. Und dann kann ich hier auf Network gehen und finde eben diese IP-Adress. Und diese IP-Adress, die kann ich jetzt eben in meinem Browser eingeben bei einem anderen Netzwerkgerät, das im gleichen Netzwerk ist und finde dann eben die Browser-Oberfläche, um die Kamera eben auch nochmal einzustellen. Also Netzwerk-Konfiguration ist quasi die Kamera ans Netzwerk anschließen, DHCP anmachen, dann bekomme ich eine IP oder ich gehe eben hin und ordne mit einer manuellen, also DHCP off, ordne manuell der Kamera eine IP-Adress zu. Das kann ich natürlich genauso machen. Ich gehe jetzt hier mal einmal aus dem Menü raus und wir schauen uns das Ganze mal auf dem Computer an, denn ich bekomme jetzt hier eben mit dieser IP-Adress im Browser, ich nutze jetzt hier Google Chrome, diese Oberfläche eingeblendet. Da muss ich dann erstmal auf Englisch gehen, damit ich auch ein bisschen was verstehe. und dann kann ich hier Admin mich entsprechend anmelden. Das ist jetzt standardmäßig bei meiner Kamera so gewesen. Username Admin, Passwort Admin und gehe hier auf Login und jetzt bekomme ich hier eine Oberfläche am Computer, um überall im Netzwerk mit einem Browser in Anführungszeichen diese Oberfläche aufrufen und bedienen zu können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich kann mir jetzt hier 3, 4, 5, 6, 10 von diesen Kameras parallel in unterschiedlichen Tabs aufmachen und die natürlich auch entsprechend parallel steuern, Einstellungen verändern und so weiter. Und natürlich ist das ein bisschen einfacher als mit der Fernbedienung. So, jetzt bin ich in dem Browser drin, bekomme hier auch direkt ein Live-Bild angezeigt. Das wird über Netzwerk dann auch übertragen. Hier habe ich die Möglichkeit, die Kamera eben auch zu steuern. Ich habe hier die Möglichkeit, den Fokus-Mode zu verändern und so weiter. Auch die Presets eben entsprechend auszuwählen. Also ich kann jetzt hier mal wieder zu meinem Preset 1 gehen und sagen, los geht's. Und dann geht er hier eben wieder auf meinen Kugelkopf von meinem Stativ. Genau. Jetzt kann ich hier oben nochmal auf Konfiguration gehen und hier sehen wir jetzt die ganzen Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Vieles davon finden wir natürlich auch in dem Menü, in das wir auch mit der Kamera und dann letztendlich auch per HDMI kommen. Aber wenn du jetzt die Situation hast, dass du die Kamera irgendwo hängen hast, dann hast du ja auch nicht unbedingt per HDMI jetzt einen Monitor dran und kannst dich dann mit der Fernbedienung da durchnavigieren. Und da findest du eben hier die ganzen Einstellungen und auch noch viel mehr. Ich kann ja hier einmal so ein bisschen durchgehen. Was ist eigentlich spannend? Hier die Videoparameter, das haben wir eben auch schon mal gesehen. Hier habe ich die Möglichkeit, diese ganzen Einstellungen auch hier vorzunehmen. Und ich habe hier eben auch die Möglichkeit, mein Video Output zu wählen, also das Format. Und was man auch machen kann, ist eben hier die ganzen Netzwerkeinstellungen auch zu verändern. Hier muss ich natürlich aufpassen, dass ich dann noch mit der Kamera auch in eine Netzwerkverbindung gehen kann und mir hier nicht selbst sozusagen den Weg abschneide. Aber hier gibt es eben auch viele Einstellungen diesbezüglich. Und auf was ich jetzt aber eingehen wollte, ist NDI. Und zwar können wir hier den Namen von unserer NDI-Quelle vergeben und wir können hier NDI eben auch aktivieren, sodass im Netzwerk dann dieses Bildsignal auch zur Verfügung steht. Und letztendlich ist das ja das Gleiche wie hier auch. Das heißt, wir haben jetzt hier ja auch über das Netzwerk ein Signal von unserer Kamera. Und genau das können wir jetzt eben auch über dieses standardisierte NDI-Protokoll machen. Und das möchte ich dir einmal zeigen. Jetzt hier eben in OBS beispielsweise. Wir sind jetzt hier in OBS drin. Und man findet jetzt hier die Möglichkeit, in Szenen mit dem Plus eben eine NDI-Source hier hinzuzufügen. Dafür braucht man zum einen OBS als Open Broadcast Software. Es geht natürlich auch in vielen anderen Softwaren. Aber bei OBS ist es auch so, dass man noch ein kleines Tool, noch ein Werkzeug in Anführungszeichen dazu braucht, ein Plug-in, damit NDI hier entsprechend angeboten wird. Aber wenn das der Fall ist, dann kann ich hier auf NDI draufgehen, kann sagen, eine neue Quelle hier hinzufügen. Und jetzt Source Name. Da kann ich dann einfach dieses Dropdown hier wählen. Und hier wird mir die Kamera eben entsprechend eingeblendet. Das oben drüber ist eine andere PTZ-Kamera mit NDI. Und das ist jetzt eben diese hier. Und wenn ich die jetzt auswähle und auf OK gehe, bekomme ich hier eben dann die NDI-Quelle angezeigt. Und diese kann ich jetzt hier eben flexibel bewegen, so wie andere Dinge auch in OBS. Und kann die hier eben zuschneiden und mit in Mainstream integrieren. Die Latenz ist tatsächlich erstaunlich gering, wie ich finde. Ich kann ja jetzt hier mal gerade auf die Nummer 2 gehen. Nummer 3. So, jetzt sieht man hier ein bisschen was von dem Screen eben mit dabei. Und man sieht jetzt hier, dass die Latenz natürlich da ist. Aber hinten dran sieht man das HDMI-Signal. Da ist auch ein bisschen Latenz da. Und es ist auf jeden Fall in einem Rahmen, dass das in Bezug auf den Livestream und so weiter möglich ist, so eben zu übertragen. Wenn ich natürlich jetzt ein Live-Bild per NDI auf einen Monitor geben möchte, wo dann Live-Publikum zuschaut, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Also quasi im gleichen Raum wie der Sprecher. Dann könnte es sein, dass diese Verzögerung ein bisschen zu viel ist. Aber es hängt natürlich auch extrem vom Netzwerk ab. Es hängt von deinem Computer ab. Es hängt dann davon ab, über welchen Weg dann das Signal auf den Screen kommt und so weiter. Aber grundsätzlich bekommen wir hier ein solides NDI-Signal, was sich eben auch durchaus sehen lässt. Die Bildqualität ist nach meinen ersten Tests nicht ganz so gut, wie die Bildqualität, die wir eben per HDMI bekommen. Hängt jetzt aber natürlich auch ein bisschen von dem Codec ab. Ich nehme jetzt hier das HDMI-Signal mit einem Video Assist in Apple ProRes auf und im Vergleich dann eben das NDI-Signal einfach nur in Acam Live nehme ich es beispielsweise gerade auf. Und wenn ich jetzt hier eben entsprechend ein bisschen Bewegung habe und die Kamera oder die Hand jetzt hier rein und raus nehme vor der Kamera, dann finde ich, sieht man schon einen Unterschied zwischen dem HDMI und dem NDI-Signal. Aber man hat natürlich mit dem NDI-Signal viele andere Vorteile. Und an dieser Stelle traue ich mich jetzt mal ein Fazit zu ziehen. Aus meiner Perspektive ist diese Kamera eine Top-Einsteiger-PTZ-Kamera. Warum? Sie bietet einem super viele Features, genauso wie die großen Kameras. Und damit kann man sehr viel ausprobieren und herausfinden, was ist denn eigentlich ein guter Workflow für mich. Sei es für Recording, sei es für Livestreaming, sei es für Videoconferencing. Diese Kamera bietet einem einen super Einstieg. Man kann ganz viel ausprobieren. Und dann kann man letztendlich sagen, hey, diese Kamera, das reicht mir eigentlich vollkommen aus, weil normalerweise muss ich auf spezifische Positionen fahren und die kann ich mir im Voraus entsprechend konfigurieren und individuell manuell einstellen für diese Position. Und dann sieht man ja auch den Unterschied gar nicht so extrem. Gerade wenn wir jetzt das beispielsweise für Videoconferencing nutzen würden, würde man meiner Meinung nach den Unterschied nicht so sehr sehen in Bezug auf eine Kamera, die vielleicht sogar das Fünffache kostet. Und dementsprechend würde ich wirklich sagen, es ist eine gute Einstiegskamera, wo man viel mit ausprobieren kann. Und zwei Workflows wären quasi, die Kamera per HDMI anschließend an eine Capture Card, wie beispielsweise ein ATEM und damit dann in den Computer gehen, um beispielsweise eine Videokonferenz zu machen oder natürlich auch Livestreaming. Oder eben das NDI-Signal, da dann eher spannend fürs Livestreaming, über das Netzwerk zu ziehen, beispielsweise ein OBS, wie ich es gezeigt habe, so dass man da dann die Möglichkeit hat, eben dieses Bildsignal als NDI-Source zu verwenden und die Kamera eben super flexibel im Raum mit einem Kabel positionieren zu können. Der Unterschied ist nicht in Bezug auf die Features, sondern eben in Bezug auf die Qualität, Steuerung und Bildqualität. Und da muss man wirklich sagen, dass diese Nachteile vor allem dann zum Tragen kommen, wenn ich die Kamera in Bewegung nutzen möchte und wenn die Kamera natürlich sehr schlechte Lichtbedingungen hat und Umgebungsbedingungen. Und wenn ich die Kamera eben statisch nutze, dann fällt der Unterschied fast nicht auf. Gerade in Videokonferenzen und so weiter ist es dann eine absolute Empfehlung, diese Kamera als Add-on zu verwenden, um beispielsweise auch ergänzend zu einer anderen Kameraperspektive einfach unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können, mal was ganz im Detail auch zeigen zu können. Wir kommen hier wirklich nah ran mit einem Zoom und können die Kamera uns als ergänzende Kamera wunderbar in den Raum hängen, um für weitere visuelle, spannende Sachen in Videokonferencing, Livestreaming und auch Videoaufzeichnungen zu sorgen. Nochmal als Kategorisierung für Videokonferencing ist Bildqualität aus meiner Perspektive am wenigsten wichtig, weil danach eh eine starke Komprimierung kommt. Das heißt, für sowas würde ich die Kamera wirklich durchaus empfehlen. Für Livestreaming ist dann so nach und nach der Übergang, dass man sagt, okay, hier merkt man auf jeden Fall dann auch die höhere Qualität bei einer anderen Kamera und natürlich beim Videoaufzeichnen kommt es am stärksten rüber. Das heißt, das, was du jetzt hier als Beispiele gesehen hast, das ist eben am stärksten dann der Kontrast, vor allem dann im Vergleich zu eben einer Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, die hier vor mir steht, wo alleine das Objektiv so viel kostet wie diese gesamte Kamera. Also dementsprechend muss man das irgendwie so ein bisschen in ein Verhältnis setzen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!